so was hier meine Freunde willkommen zurück zum neuen Video auf meinem Kanal heute wieder mit dabei Adrianos kann es äh fällt es aber auch auf Adrianos dass die Sounds irgendwie anders äh etwas lauter geworden sind kann das sein für mich fühlt sich an wenn die Sounds irgendwie ein bisschen direkter und lauter zu hören als vorher so ein bisschen weil ich habe nicht so lange in Erinnerung gefühlt jetzt und ich habe nicht vorhin gestellt wir brauchen 193 den ersten hatte ich schon mal direkt und wenn ich einen BG Hatschop trotten ein B77 noch mehr Hatschop noch mehr Hatschop oh nein ich geh schon wieder oh doch noch keine Psychose ok ich hab schon stimmt weil das sind die Folgen die alle gestorben sind ja ähm wir müssen es verstecken versteck dich halt äh naja und abgeschlossen abgeschlossen du hast doch fach frnis fach fach wie fach ich fach 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 是不是 fach 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 die 100 940 kann ich nicht wieder oh ne, beide kann nicht sein oh so, kleiner Oh, fuhrenkord! AAAAAGH! Egal, ich bin noch für ein Foto zu sehen. Bein, das ist kein Foto! Bei 77. Dann gibt es sich. Ach, gibt es sich so, wie hält es los? Ähm, auch. Oh, fuck. Und Ado fehlt noch ein zweites Leben, wieder nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß wie schon wer was ist E151 Du Hura Kommst du wieder her? Oh nein bitte nicht, oh nein bitte nicht Oh nein bitte nicht Okay Oh fuck So du brauchst jetzt noch 2 Ich kenne mal sich jetzt bei mir eine Spitze mit, so dass du stirbst Ähm ich brauch jetzt noch 10, ne du bist jetzt bei E, ne du bist jetzt bei C Ich bin jetzt bei E Irgendjahr ist die Oma mit dem Dick Norsch Fuck you Kevin Ich kann den Lenschen auch an Ich fahre den Lenschen auch an Wenn dem Licht in der Dunkelheit steht Ich kann da die Zeit auch Äh fuck ich nichts verstecken werfen Ich hab nichts zum verstecken Ich bin dort Ich bin dort Kevin lass uns mal das bisschen ähm Lass uns mal das Spiel eben ein bisschen ähm Ich bin dort ein bisschen besser machen Wie ja so Lass uns mal Zielpunkte ähm mach mal die folgenden Einstellungen Ich bin genau wie ich Okay, bist du so weit? Warte Geh mal auf Einstellung, dann auf allgemein Warum nicht während der Runde, du bist nicht verarscht Machen wir nochmal Jaaaa Du bist ja eh im Versteck, oder? Nein G9041 Ja dann Ich bin tot Ja dann geh mal, geh mal im Versteck Ich bin tot G9041 Ganz tot, oder? Das weiß ich nämlich nicht mehr Ich glaub manche ich hab die Spieler ja am Aus Ich weiß nicht wo du bist Wo liegst du? Kevin Also gut ich gebe noch Ich muss halt aufpassen Nein Der ist nicht bei mir noch zwei Gigas Aber die müssen verarschen Wo siehst du denn? Bei C Oh fuck Oh fuck Ich werde es bleiben Ich kann mich nicht wirklich verstecken Ja Es ist unglaublich Bitte geh doch einfach Es ist kein Problem Ich habe mich nicht Aber jetzt bist du in Versteck, okay? Ja Dann geh mal auf, Einstellungen Ja Mach mal Gesundheit Geh mal, bist du auf allgemein? Ja gesundheit ausdauer aus verstand aus lärm und dunkle indikator aus inventar das meiste sekundär ziel die hauptzielschutz bei mir sowieso fast alles davon aus gewesen ich habe die wenig zahlst die höchsten mehr habe ich bevor ist mein Leben gesehen das war wir machen doch alles aus auch aber auch als spielernamen und so was er ist unglaublich Ich... ...feulich aus... Verpist euch! Was ist das denn? Ich... Das ist doch lecherlich... So, ich komme jetzt eh... 9.41 Ich sehe ich... Na wo bin ich denn? Digger... Don't be afraid! Ladyhuru 9.41 Es ist so lächerlich... Ich bin tot, ich schaff das nicht mehr... 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 Ich komme tot… Daddy?? Daddy longlegg? Ich bin tot, ich bin tot! Ich werde ihn verdienen Ich werde endlich losnehmen! Danke! Ich werde... Boah, fiss dich doch, du Hure. Ja, wie? Ey, ist doch lächerlich. Es ist so lächerlich, es kann bitte sein. Und das ist so lächerlich. Ja, es ist so lächerlich. Ich bin nicht so lächerlich, es ist so lächerlich. Ich bin nicht so lächerlich. How the force is that? Why did I get upset? We have, you can have. Be full! We have. ush. I can't do that. 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 I can't do it. Ich bin auch tot. Du siehst in meinem Spielraum eigentlich nicht, ne? Nein. Ich bin tot. Ne, ich mach die Arzt schon wieder an, ich klopfe mich so an. Die Level sind schon schwer genug, dass ich alles noch zusätzlich machen. Ne, ich bin tot.